Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play KSL Ultimate mit dem Feed the Beast Launcher und der Sota und dem Kaden. Kaden ist magisch und Sota ist... wurde erforscht. So rum war's. Ja. Richtig. Ein Logs, ein Logs, ein Logs, ein Logs, ein Logs zum erforschen. Hab Logs erforscht. Hä? Bei dir steht was anderes dran als bei Sota? Ja. Interessant. Die sind verschieden. Ich bin ja auch anders. Kann ich mich selber erforschen irgendwie? Nein. Gibt's hier einen Spiegel? Was wär's noch irgendwie? Guck mal, was ich gefunden hab. Einmal das da und einmal das da. Die Trophäen kann man einzeln erforschen. Entschuldigung. Kannst so gut wie alles einzeln erforschen. Das ist interessant. Huch, hab Federn gekriegt. Den hab ich schon. Achso. Ich bin grad voll im Forschungswahn. Ist die Schmiede unten eigentlich frei? Ja, ich glaub ich schon. Verdammt, wo sind die Pinsel? Okay. Wo sind die Pinsel? So, äh. Das soll ich mal mit dem Zeug loswerden. Peer bräuch ich grad auch nicht. Äh, nehmen wir den auch. Boah, was ist denn jetzt bei mir los? Ich hab grad ein bisschen Legs. Achso. Bin dann entschuldig. Äh. Was mach ich denn mit dem Stahlhelm? Ich glaub ich schmeiß den unten rein zum Schmelzen. Oh. Herz und Creeper haben sich verbunden. Es sieht irgendwie aus wie... Batman. Wollte ich auch grad sagen. Ich bin Batman. Ach, I'm Batman. Hm, den Stahlhelm kann man irgendwie nicht einschmelzen. Nee, hab ich schon probiert. Schade. Leider, ja. Was mach ich jetzt damit? Äh, an die Wand hängen mit nem Frame. Nein, unser Huhn haut ab. Ähm, ich war's nicht. Ach, deswegen hängen die überall Frames. Das hat Soda gemacht. Frames. Was? Wo hängen Frames? Frames. Scheiße, wo ist das Huhn hin? Welche Frames? Boah. Ich schmeiß den Helden jetzt weg. Meine benutzt sowieso keine, da wir alle Exeguils haben. Achso, die Frames. Weil die hab ich nämlich vergessen auszuziehen, als ich explodiert habe. Huhn? Sei ein braves Huhn. Ab ins Körbchen. Hm. Also, da ins Körbchen. Gell? Ich bräuchte nämlich mal was anderes, als was für Kopf, weil ich ja die meiste Zeit meine Ding anhab. Wettetet? Mach doch Schule. So, ich glaub ich lass mal wieder mit dem Forschen. Hol dir den Ei. Äh, warte mal, du könntest ja, könntest jetzt mal anders, woher, anders forschen. Und zwar mal. Doch mal anders forschen. Ich brauch immer noch, äh, Füllung vom Zauberstab. Mhm. Und zwar könntest du direkt am Table nicht die Elemente kombinieren, sondern dir jetzt, ähm, ja, Sachen lernen, die, die du im Buch brauchst. So rum. Also du musst jetzt das Buch reinschauen. Genau. Du musst jetzt praktisch über das Buch. Hm, ich geh mal zu. Hui. Und wo dann wahrscheinlich gar nicht weiß. Ja. 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 Da, wo, äh, da wo, äh, Feder, Feder und Tinte ist. Jo. Oh, 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 oh. Den Zweig einmal Research Expertise und dann geht's nach links unten, das solltest du einmal erforschen. Das, was brauch ich denn für Scribing-Tool? Ach, ich hab mein Papier weggelegt. Genialerweise. Moment. Papier. Ich brauch Papier. So, nehm ich mein Büchlein. Oh, da kann ich jetzt draufklicken, oder? Click to research. Genau. Dann kriegst du dieses Ding und das legst du dann halt wie immer hier unten in den Tisch rein. Das heißt, wie immer. Du kombinierst dann deine. Wenn ich das jetzt mache und da reinlege. Genau. Ah, jetzt sehe ich auch die Eule. Jetzt siehst du auch die Eule. Eule. Und was, was mach ich? Was mach ich da jetzt damit? Karten hat sich. Ich brauch viele. Du hast ja jetzt links die, die ganzen Elemente, ne? Jo. Und du musst jetzt alle miteinander verbinden. Alle drei. Also die, das ist, was ist denn das? Ordo, äh, das Hirn, was ist das? Cognito und die Eule, die ich gleich noch gar nicht habe. Doch. Sensus. Sensus, Knochenmehl, Inksex. So, äh, wenn du jetzt mal guckst, ähm, die Eule und das Hirn haben beide diesen Geist. Also. Wie sehe ich das? Dass die beide diesen Geist haben. Ach, das siehst du noch gar nicht, weil du noch keinen Mouse-Over hast. Oder was heißt Geist? Da ist sowas komisches Blinken, das im Hintergrund. Animus. Oder wie meinst du das? Ne, beziehungsweise, ich heiße sie ja gar nicht mehr Animus. Warte mal, ich hervorstehe das kurz. Mach mal es schnell so. Weil, dann siehst du im Table bei Mouse-Over, was aus was besteht. Ah, okay. Das gibt's dir erst. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm dafür. Äh, okay, warte. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Ich habe nicht genügend Erfahrung. Beziehungsweise, es wäre fast besser, wenn ich das hier erforsche. Sag mir doch, wie kann ich das selber erforschen oder dauert das zu lang? Ähm, du bräuchtest deine Liste nebenbei? Ja? Meine Liste? Welche Liste? Die, wo ich die geschickt habe. Ach so, die Liste, ja. Du könntest auch eine Kopie deines Buches anfertigen. Das habe ich noch nicht erforscht. Das muss man nicht erforschen. Doch. Ach so, und ich schaue, aus was die beiden da bestehen. Also sprich, ich suche jetzt... Du gehst, ähm... Alchemy oder irgendwo anders hin. Geh mal woanders hin. Nein. Weiter. Oh, da ist es... Weiter. Ach so, die bestimmt beide... Okay, da geht nochmal erste Seite. Ach, jetzt sind die bestimmt beide... Spiritus, okay. Okay, nein, das ist es nicht. Was ist das denn mit der Brille? Das da mit der Brille. Tab. Weiter oben. Das sind die Türen, die Googles, Steine. Okay, die bestehen auf jeden Fall beide aus Spiritus. Wer macht das letzte? Das ist Tinkering. Das ist die Crowbar. Tinkering, das ist Tinkering. Das mit dem Buch. Echt ist? Ja, da ist es doch, du Held. Ich sag doch, das musst du nicht forschen. Ah, okay. Entschuldigung, dass ich jetzt neben das Mikro gesprochen habe. Du kannst... Also, die beiden bestehen aus Spiritus jeweils. Warte, ich brauche mal kurz drei Papier. Einmal Scribing Tools und eins von... Und meins von mir nochmal ein Omicron? Nein, irgendeins. Irgendeins. Das stimmt, der ist ja eh benutzerdefiniert. Moment, Kaden, ich gebe dir mal kurz mein Wissen. Er teilt sein Wissen mit dir. Ich will aber selber wissen. Ja, aber am Anfang... Danach kannst du selber wissen. Danach kannst du selber wissen und das gibt es wieder. So, was haben wir hier? Darf das angekratzt sein? Moment. Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Buch? Achso, die Scribing Tools. Die werden völlig verbraucht. Oh, klar. Ich bin voll, ja, ich bin voll, ich bin voll. Ach, ich bin so voll. Halt. Buch. Lektorix. Kannst du mir trotzdem bei erklären, was ich da dann machen muss? Selbst wenn ich dann weiß, auf was es besteht. Ja, du musst die miteinander verbinden, indem du die Elemente dort reinlegst, im Grunde. Wie, das heißt reinlegen? Ich ziehe das Element und ziehe es dann drauf? Nein, du klickst... Du klickst, ähm, auf das... Ziehen kannst du? Du kannst ziehen? Oder auf das Element draufklicken? Ah, nee, da kannst du nicht draufklicken, weil... Ja, du musst es ziehen. Du musst es ziehen. Was ziehe ich denn jetzt hier? Wo, was muss ich denn jetzt... Die Elemente, wo links sind. Ja. Siehst du rechts in die Felder rein. Ja. Wohin ist egal, oder wie? So, dass du das halt miteinander verbindest. Wo ist wurscht im Grunde, siehst du? Und da ist jetzt... Mach nochmal rein. Jetzt, komm her. Ähm, da siehst du so eine kleine Lichtlinie dazwischen. Ja, ja, ja. Das muss sein. Ansonsten sind sie nicht verbunden. Okay, und jetzt kann ich da eine Linie zur Euli rüberziehen, wenn ich nochmal ein weiteres Spiritus nehme, oder wie? Äh, es muss immer was anders sein. Und es muss sich mit den zwei Elementen verbinden. Also du musst jetzt praktisch, wenn du was in die Mitte tust, das müsst... Wenn du was in die Mitte tust, das muss beides was mit dem Geist zu tun haben. Äh. Entweder den Geist beinhalten oder zum Geist werden, so rum. So, sprich, wenn ich jetzt... Scheiße, wie, wo ist es denn? Nein, zum Geist werden ist auch falsch. Es muss es beinhalten. So, zum Beispiel. Glaube ich. Mhm. Okay. Oder zum Geist werden. Jetzt musst du nur noch die Verbindung zwischen Ordo und, äh, live finden. Äh. Am besten, du suchst etwas, das, äh, irgendetwas, das Ordo und live hat. Oder du suchst etwas anders, du gehst so ein bisschen nach links rauf oder nach rechts rauf, etwas, das Ordo und Wasser oder Erde hat, weil live besteht aus Erde und Wasser. Wasser und, ja, ja. Achso, wenn beide... Achso, wenn ich jetzt was finde, was Wasser hat und Ordo zum Beispiel, dann könnte ich das nebendran machen. Genau. Ah, nee, dann könnte es sich aber direkt verbinden. Oder wie? Nein, weil, ähm, Ordo ein Grundelement ist. Du könntest jetzt nicht einfach nur Wasser reinziehen und dann passt das, weil Wasser und Ordo verbindet sich nicht. Aber wenn ich jetzt was finden würde, was sich mit Ordo verbindet, dann kann ich das aber schon reinziehen und gleich... Ordo und Leben. Das muss ich ja mit beidem verbinden. Mal kurz was testen. Du, du probierst dich da ja eh rum, weil dann mach ich das... Ich probier's rum. Dann mach ich das jetzt nicht mit dem, äh, äh, Formonomikon. Mit dem... Das behalten wir uns für später auf. Ich wollte... Was wollte ich denn? Ich mach komische Dinge heute. Du kannst es schon herstellen, du darfst nur nicht rechtsklicken, weil dann ist es aktiv. Ja, hergestellt hab ich schon. Ich hab nur noch nicht rechtsklickt. Jetzt hab ich hier Wasser aus Brücke geschlagen. Und jetzt brauch ich... Ach, das brauch ich aber einfach nur noch Erde. Wenn ich jetzt Erde darüber ziehe, dann müsste ich doch jetzt hier fertig sein. Wo ist denn Erde hin? Ich find die Erde nicht. Bin ich blind? Ja gut, das mit den Blättern zwischen den, äh, ganzen Seiten, wo die Elemente aufgelistet sind, ist schon nervig. Das stimmt. Gibt's hier kein Pink mehr? Äh, nee, warum verbindet sich jetzt das jetzt nicht? Weil das andere wahrscheinlich keine Erde hat. Ach, ja, stimmt. Äh, ich bin so doof. Das hat ja Erde. Äh, Mensch. Mäh. Mensch, Karten. Ach, schmarrn dich jetzt. Your run out of ink, achso. Achso, dann musst du einfach nur... Ach, schmarrn dich, hätte der Wasser... Ja, mein Fehler. Ich muss da Wasser hin tun. Tinte müsste... Jetzt da, Lox. Jetzt bin ich fertig. Warte, warte, warte. Wenn es oben zusammengerollt ist, das Papier. Genau. Jetzt nimmst du es raus. Ja. Rechtsklick. Ha. Oh mein Gott, ich hab was gelernt. Was hab ich jetzt gelernt? Ich weiß nicht, was ich hier forsche. Hauptsache ich forsche. Nur das für Power. Ah. Okay. Ach, jetzt mach ich eine neue Scribing-Tour, weil das alte ist leer. Wie füll ich das wieder auf? Mit Ink. Einfach nur Ink dann im Crafting-Fenster daneben packen. Okay. Ich glaub, ich hab welche ins System geworfen. Es sind auch noch welche da, ja. Okay. Nein, es waren keine mehr da. Deswegen hab ich welche. Gerade eben waren noch welche da. Ja, weil ich welche reingeworfen habe. Ja, also, das geht da. Genau. Ganz ruhig. Es ist lustig. Heute forschen mit Carden. Carden hat keine Ahnung, aber tut's trotzdem. Ach ja, äh, Calden. Wie viele Endermänner es hier gibt? Ich hab hier was, ich hab hier was. Da. Ich hab da jetzt zwei, ach, die Research-Node kann ich erst wirklich lernen, wenn ich eben dieses mit dem Verbinden mach, des Gedöns. Genau. Ah, okay. Calden, Calden. Ja, 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 ja. Was muss ich machen? Was ist das? Achso, Enderpodge. Was ist das? Bestimm ich nicht. Was tust du da? Er ist jetzt gerade so im Thumbcraft drin. Ja, ist das schon. Schischischone. Frage, und wie lerne ich das? Oh, Schischischischone. Wie war das? Die Spinne, die sich mit dem Creeper packte? Ja, der Creeper-Jocke. Der Creeper-Jocke. Ach du Scheiße, was ist denn das alles? Das ist mir zu kompliziert. Geht es das einfacher? Am besten gehst du jetzt den Strang weiter. Du hast ja jetzt Research-Expertise gemacht. Ja. Jetzt gehst du nach links unten. Research-Mastery. Ich hab hier zwei. Achso. Das ist das da. Und das mach ich jetzt gleich mit dem. Genau. Ich weiß sie. Das läuft jetzt alles gleich vom Erforschen her. Ich zeichne dir wieder die Eule. Kann ich wieder den hier machen. Im Grunde ziemlich einfach. Sofern man genug Elemente zum Verschwenden hat. Richtig. Und wenn du mal keine Elemente mehr hast, musst du sie dir entweder neu kombinieren. Oder du fliegst rum und suchst dir Auren. Oder Dinge, die man halt noch nicht erforscht hat. Verdammt, wo ist mein Baum mit dem Portal? Ach, erzähl ich aus, was das besteht? Genau, das ist das. Das ist das, was ich gemeint habe. Das hilft ungemein. Aber ich seh's nur links und rechts nicht. Moment, da muss ich schon rechten. Das passende finden. Wo ist denn das Hirn hier? Wo ist denn das Hirn? Ah, Erde und Spiritus. Okay. Spiritus. Stamine. Spinspawner. Spinspawner. Was ist das, was besteht denn Tod? Wo ist denn Tod? Da ist ein Peck. Da ist es Death. Das Leben und... Hier nehmen wir das mal da hin. Ich will Pecks Kurs haben, aber irgendwie lassen sie es nicht fallen. Ach, zwei nebeneinander kann ich ja gar nicht machen. Shit. Zwei gleiche, gell? Du kannst es aber überbrücken, indem du etwas hintust daneben. Die Linie kann auch länger sein als die kürzeste. Du musst nicht die kürzeste Linie nehmen. Warte, dann mach ich das so. Dann nehm ich da die Lebenslinie. Was soll das nochmal? Achso. Ähm... Hhm. Ordo? Ne, Schmarrn. Das sind natürlich genau gegensätzliche Elemente. Macht man das nochmal? Au. Wuhu. Nein, das ist scheiße. Das passt auch nicht. Ich könnte ein neues machen. Das wäre aber verkaufen. So, jetzt. Wer malt das denn? Mio. Ah. Wer malt das denn? Dann... Scheiße. Ich hab Ozilote. Ich hab Ozilote. Ich hab Ozilote. Hab ich noch einen Kratzer? Ich hab noch einen Kratzer. Ach. Ich brauche doch Wasser. Ich hab Leck. So. Schaut kompliziert aus, aber ich hab's hinbekommen. Ich hab einen Kratzer. Wo sind die Katzen? Das ist irgendwie lustig. Jetzt aber schnell. Ein bisschen was von einem Logik-Spiel. Setz mal raus hier. Nein, nein. Wo sind die Katzen? Da, da. Oh Gott. Oh, Katze sind das. Katze. Boah, du bist so... Boah, du bist so schnell. Du bist zu schnell. Das ist die Katze aus dem Sack. Nein, 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 nein. Geh weg. Doch. Eins. Ich brauch mehr. Mietz. Alter, willst du mich verarschen? Du bist ja fix wie Sau. Genau. Und irgendein Loch am besten. So. Jetzt bist du in der Falle. Haben wir Fischi? So, was ist das für... Nee, brauchen wir ja gar nicht. Naja, wir brauchen noch keine Katze. Boing. So. Hm. Ding-a-ding-a-ding. Ding-a-ding-a-ding. So. So. Also im Singleplay funktioniert es mit den Schuppen. Nur hier nicht. Seltsam. Was sagt denn die Kiste? Oh, die Kiste ist ja fast voll. Hm. Das Roy Brox mit Fireboard... Kennen wir das nicht mal zerstören? Hm. 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 Jetzt wird es kompliziert. Hm. Könnte ich das so machen? Und dann ist Roy Brox mit Fireboard... Da machen wir mal das her. Da ist es auch verbunden. So, das muss ich noch die beiden hier verbinden. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Gucken wir mal, was Wasser... Und... Kaden, er lernt das jetzt alles und gibt mir dann nachher seine Forschung. Und dann baue ich den großen Schrein auf. Wahrscheinlich. Hallo, geht das hier auch schneller? Speed, 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 speed. Scheiße, ich mach mal ein bisschen. Verdammt. Wasser und Feuer gibt es zufällig nicht, oder? Das ist Kombination. Ich muss aber erst mal sterben, oder? Scheiße. Ist das zu verlieren? Ja. Ja. Äh, gut. Ich bringe dann erst mal meine Levels weg. Das könnte ich eigentlich mal hier aufbauen, oder? Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, als ich die Ding rausgezogen habe. Aber hier haben wir noch unsere Betten. Nee, nee, nee. So, fast schon. So, sterbe ich jetzt am besten? Ähm. Wie, du stirbst am besten? Ja. Explodier doch. Nein, das zählt ja nicht. Dann flieg hoch und lass dich fallen. Ha, 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 ha. Das zählt auch nicht. Doch. Warum zählt das nicht? Wenn du von ganz oben fällst? Nee, du fliegst doch. Du hast Fliegen. Du hast Fliegen-Gen drin. Achso, und dann landest du sanft? Ja. Du landest immer sanft, ja. Du kriegst keinen Schaden mehr. Du kriegst keinen Fallschaden. Ey, geht es jetzt echt darum, wie wir sterben? Lass dich von der Spinne killen. Nee. Gehle-Nähte oder so. Hier, Essenzbüsche kuscheln. Äh. Kuh? Was machst du hier? Die Construction Table. Ach, das hast du auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich... Ach, wie ist es? Ja. Frage, die Exchange Duplication ist das, was du hattest, oder? Was ich brauche, um euch das beizubringen, was ich hier lerne. Nein, 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 nein. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Okay, also musst du es nicht machen, oder soll ich das auch nehmen? Musst du nicht machen. Äh, was du jetzt weitermachen könntest, ist am besten, warte, wenn du gerade eh schon Bock drauf hast. Ja, das macht gerade Spaß. Das ist interessant. Das ist lustig, weil... Äh, dumm, dumm, dumm. Was, bitte? Was pricked to death? Was hast du gemacht? Ja, sie hat mit dem Busch gekuschelt. Hab ich. Was soll ich denn machen? Oder soll ich die Golems mal machen? Und zwar, nee, erst, äh, was, was wichtiger ist, du hast, äh, auf der ersten Seite, in der Mitte ja diese Kristalle Aspects of Magic. Ja. Jetzt hatte ich gerade einen Schock. Dann hast du da links daneben Auras and Nodes. Ja. Und den Strang einmal komplett, äh, äh. Achso, da habe ich eins sowieso schon gerade gemacht. Eins, genau. Das Note-Tapping habe ich schon. Perfekt. Genau, und die anderen zwei wären auch noch super. Mache ich mal mit Master of Note-Pitting, fange ich mal an. So, und ich gehe mal schnell Quarz holen. Da ist noch Quarz. Wer von euch ist eigentlich schon gestorben? Ich bin... Loxes-Seiten. Nein, aber erst danach. Und wo ist die Spritze? Wollt ihr mich verarschen? Die ist ganz rechts drin, war die, glaube ich, als ich das letzte Mal gesehen habe. Kuhnelix? Kuhnelix. In der Goldhelix. Oh, rechts unten, da ist die Spritze. Ah. Jetzt gehe ich erst mal... Äh, wir sind gerade bei 20 Minuten, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ja, das ist schon mal. Kann ich Jump auch mit reinnehmen? Beim nächsten Mal. Jump, du kannst fliegen. Egal. Kannst du machen. Ja, beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Bis dann. Beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.